Jetzt endlich hat der erste Ministerpräsident in Deutschland seine Meinung zum Ukraine-Konflikt geändert und damit für ein politisches Erdbeben gesorgt. So hat sich nun Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, gegen die Ampelkoalition und sogar gegen seine eigene Partei, die CDU, gestellt. Ich werde gleich im weiteren Verlauf des Videos darauf eingehen, was Michael Kretschmer genau gesagt hat und warum diese Aussage für solch einen politischen Wirbel gesorgt hat. Davor möchte ich aber noch ganz kurz auf den aktuellen Stand des Ukraine-Konfliktes eingehen. So haben ja zahlreiche Politiker der Altparteien und ganz besonders auch der Ampelkoalition darauf gehofft, dass die Ukraine in der Lage wäre, mit ausreichend Waffenlieferungen den Konflikt militärisch zu gewinnen. Doch diese illusorische Hoffnung ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Wie Alice Weidel, Sarah Wagenknecht und Co. schon seit Jahren vorhersagen, Russland ist einfach militärisch überhaupt nicht zu besiegen. Nun stellt sich tatsächlich die Frage, ob der Westen jemals so illusorisch gedacht hat oder ob vielleicht sogar ein anderes Ziel hinter diesem Konflikt steht. Ich bin mir sicher, Sie wissen bereits, dass Deutschland eigentlich nur als verlängerter Arm der USA in diesem Konflikt agiert. Die Befehle aus Washington werden sozusagen brav umgesetzt und wenn es heißt, neue Waffen zu liefern, dann macht Frau Baerbock und Co. genau das. Folglich ist es richtig zu schauen, wie profitiert denn die USA von dieser Gesamtsituation. Und bei genauerer Betrachtung wird schnell deutlich, die Amerikaner haben durchaus eine große Interesse, diesen Konflikt möglichst lang am Laufen zu halten. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Wie so häufig in der Vergangenheit dreht sich alles um Erdgas und Öl. Vor dem Krieg hat Russland mit die meisten fossilen Brennstoffe exportiert und auch ganz besonders nach Europa. Diese Rolle hat nun die USA übernommen und somit wird deutlich, sie profitieren hier enorm. Die Rechnung zahlen wir natürlich als deutsche Bürger, da die Energiekosten erheblich gestiegen sind. Doch es gibt letztendlich auch gute Nachrichten und genau diese Aussage von Herr Kretschmer ist eine davon. Mittlerweile wachen immer mehr Politiker auf und hinterfragen kritisch den Status Quo. Nun hat Winfried Kretschmer vorgeschlagen, dass die Ukraine möglicherweise einen vorübergehenden Gebietsverzicht hinnehmen muss, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Und diese Aussage schlug ein wie eine Bombe. Dass die Ukraine Gebiete abtritt, um eine friedliche Lösung herbeizuführen, war bisher immer die rote Linie. Grünen Politiker wie Annalena Baerbock oder Anton Hofreiter haben immer wieder betont, dass die Ukraine niemals Gebietsverluste anerkennen würde. Stattdessen wurden immer wieder für Milliardenbeträge neue Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt. Und genau dieses Verhalten hat Michael Kretschmer ebenfalls kritisiert. So sprach er davon, dass diese Alternativlosigkeit der Bundesregierung auch ein Ende haben muss. Ich bin davon überzeugt, dass diese brisanten Aussagen letztendlich eine Lawine ins Rollen bringen würden. Die Bürger in Deutschland haben die Schnauze davon voll, Milliardenbeträge in die Ukraine zu überweisen, während wir hier in Deutschland mittlerweile auch in finanziellen Nöten sind. Viele Bürger wissen mittlerweile nicht mehr, wie sie die angestiegenen Energiekosten bezahlen können und es ist kein Ende in Sicht. So wurde gerade eben erst eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass auch im Jahr 2024 die Strompreise und Energiekosten erheblich steigen werden. Jetzt meine Frage an Sie. Haben Sie auch das Gefühl, dass das alles mittlerweile viel zu viel wird und dass es an allen Ecken und Enden lichterloh brennt? Schreiben Sie es doch in die Kommentare und lassen Sie ein Abo für den Kanal da, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.